Das Lausitzer Seenland-Klinikum in Hoyerswerda bietet ab sofort im Internet eine virtuelle Tour durch seine Geburtenseele an. Mit den neuen 360-Grad-Fotoaufnahmen können sich werdende Eltern bequem von zu Hause oder mobil über das Smartphone die Entbindungsräume anschauen. Die Aufnahmen, die vom Hoyerswerda-Fotografen Rico Hofmann erstellt wurden, setzen sich aus einer Vielzahl einzelner Fotografien zusammen. Man bekommt das Gefühl, direkt im Geburtenseil zu stehen, erklärt Pressesprecherin Steffi Dubrau. Die Aufnahmen sind im Netz unter www.seenlandklinikum.de abrufbar.